Kurz informiert bei heise online. Mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Heute am Freitag, den 29. November 2024 mit der Frühausgabe. Mit der NIS 2 trat im Januar 2023 die Richtlinie für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau EU-weit in Kraft. Kritische Unternehmen, Staatsbetriebe und Behörden müssen seitdem neue Auflagen im Bereich Cybersicherheit erfüllen. Die Europäische Kommission hat Deutschland und 22 weitere EU-Mitgliedsstaaten nun aufgefordert, Informationen zum Stand der Umsetzung mitzuteilen. Dies ist die erste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens. Die Richtlinie hätte bis zum 17. Oktober in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Der Ampelregierung war es nicht gelungen, bezüglich der NIS 2-Richtlinie eine Einigung zu erzielen. Australien verbietet als erstes Land der Welt Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken im Internet. Das Gesetz wurde im Eilverfahren beschlossen und soll in einem Jahr in Kraft treten. In einer Versuchsphase sollen die sozialen Netzwerke Systeme zur Altersverifizierung ausprobieren. Kritiker warnen, dass das Gesetz Kinder und Jugendliche isolieren könnte und sie zudem auch von den positiven Aspekten sozialer Medien ausschließe. Bei einem Cyberangriff ist es Kriminellen aus Südostasien gelungen, der Zentralbank von Uganda umgerechnet rund 16 Millionen Euro zu stehlen. Die Bande erlangte Zugang zur IT-Infrastruktur der Zentralbank und transferierte 62,4 Milliarden Ugandashilling. Es gibt Hinweise, dass die Cyberkriminellen Hilfe von Insidern hatten. Die Zentralbank konnte bereits mehr als die Hälfte der Beute zurückholen. Etwa 99 Prozent der deutschen Online-Shops sind nicht barrierefrei. Damit verstoßen sie gegen das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG. Mehr als zwei Drittel der untersuchten Webseiten fehlen erkennbare Seitenstrukturen, ausreichende Kontraste zwischen Text und Hintergrund oder eindeutige Beschriftungen von Links. Ab kommenden Juni ist die Umsetzung des BFSG für kommerzielle Websites mit Geschäftstätigkeit in Deutschland verpflichtend. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf der Digital Health Conference über die elektronische Patientenakte und das Forschungsdatenzentrum Gesundheit gesprochen. Lauterbach bezeichnete die elektronische Patientenakte als das größte Digitalprojekt, das es in Deutschland je gegeben habe und als Datenschatz für KI-Innovationen. Große Unternehmen wie Google, Meta und OpenAI haben bereits Interesse an den repräsentativen Daten bekundet. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.